Hallo und willkommen zu unserem neuesten Video. Heute testen wir das Hubsport Rudergerät HS060R, eine Rudermaschine, die für den Heimgebrauch entwickelt wurde und einige beeindruckende Funktionen bietet. Diese Rudermaschine ist nicht nur klappbar und somit platzsparend, sondern auch mit einem achtstufigen leisen Magnetbremssystem ausgestattet. Das bedeutet, dass sie nicht nur effizient, sondern auch angenehm leise in der Anwendung ist. Mit einem maximalen Nutzergewicht von 120 kg ist sie für eine breite Zielgruppe geeignet und verspricht Stabilität und Zuverlässigkeit. Ein besonderes Highlight des HS060R ist das LCD-Display, das verschiedene Trainingsdaten wie Zeit, Distanz, Kalorienverbrauch und Ruderschläge anzeigt. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihre Fortschritte genau zu verfolgen und ihre Trainingsintensität entsprechend anzupassen. Die Bedienung des Displays ist intuitiv und einfach zu verstehen, was besonders für Anfänger von Vorteil ist. Die acht Widerstandsstufen bieten zudem eine gute Möglichkeit, das Training individuell zu gestalten und kontinuierlich zu steigern. Der Aufbau des Geräts gestaltet sich laut Nutzerbewertungen unkompliziert und ist in kurzer Zeit zu bewältigen. Das Design ist modern und passt gut in jedes Heimfitnessstudio. Die Klappfunktion ist besonders praktisch für diejenigen, die nur begrenzten Platz zur Verfügung haben. Nach dem Training kann das Gerät einfach zusammengeklappt und verstaut werden, ohne viel Raum einzunehmen. Dies ist ein großer Pluspunkt für alle, die in einer kleineren Wohnung leben. Insgesamt bietet das Hopsport Rudergerät HS060R ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Es kombiniert Funktionalität, Komfort und Benutzerfreundlichkeit in einem kompakten Gerät. Für alle, die ein effektives und leises Trainingsgerät für zu Hause suchen, ist dieses Modell definitiv eine Überlegung wert. Bleibt dran für weitere Produkttests und abonniert unseren Kanal für mehr Fitness-Revives. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.